Tagesenergien, Sonntag, 14. März, von Rosalinde Haller Leben Sie die Liebe in jeder Form. Es ist eine wunderbare Gelegenheit, um sich mit Gleichgesinnten zu treffen. Das Zusammengehörigkeitsgefühl kann enorm wachsen. Die Herzen sind heute in der Regel weich. Sogar große Friedensgedanken bzw. Weltfrieden sind vielerorts spürbar. Sie können sich heute leicht angenommen fühlen. Flirten und Romantik baut sie auf. Dosieren sie aber Genussmittel ganz genau, um etwaige Kopfschmerzen zu vermeiden.